hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am 18 märz 2021 mit einen spontanen legung für dich und zwar für dich und deinen seelenpartner taten sagen mehr als worte wie du siehst also er soll ins tat kommen bevor der die viel sagt und ich lade dich herzlich ein schließe deine augen und tauche erst mal in der energie der kristallschale ein und während ich die karten mischen werde sende mir deine gedanken zu heute habe ich hier die taro karten dabei von gustav klimp und ich werde jetzt eine große legung für den taro für dich vornehmen und der zeitraum hier für die entwicklung sollte bis ende märz auch für dich reichen also so also dein seelenpartner kommt ins tun bis ende des monats also daten sagen mehr als worte das ist eine kleine einführungs video und es gibt natürlich auch wenn du dieses video kaufst gibt es auch eine kleine überraschung im anschluss für dich also besonders heute premiere wird auch natürlich eine kleine video noch mal dazu geben was du auch natürlich zum schluss anschauen ganz so jetzt konzentriere dich auf deinen seelenpartner was sollst du jetzt wissen was ist die überschrift jetzt von dieser legung auf was sollst du auch wirklich hier wissen für dich so was sollst du auch wissen damit du so ein bisschen ein blick hast ja also es geht darum wirklich dass dein seelenpartner sich noch stück weit gefangen fühlt jetzt in der jetzige situation und es geht wirklich darum ja dass das etwas in der bewegung kommt in diesen tagen und es geht wirklich definitiv auch darum dass er dir sein kelch überreicht und natürlich auch dass er in diesen göttlichen führung vertraut also dass der so in dieser hierofant energie das ist diese hohe priester energie hineingeht und auch stück weit spirituell leiten lässt und auch sich auf die bewegung macht also wenn dich das anspricht natürlich lege ich jetzt für dich diese große blatt aus und ich freue mich dann wenn du natürlich das nächste mal wow also gute aussichten ich freue mich auch wenn du das nächste mal jetzt hier auch anschaltet und gleich bei meinem video dabei bis bei vimeo ich freue mich auf dich und sage bis gleich deine valeria